herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem youtube kanal heute wird es mal wieder deutlich technischer und komplexer würde ich sagen da freue ich mich schon die ganze zeit drauf mal wieder was mehr in dieser richtung zu zeigen weil ja die letzten video ich sag mal das waren ja wirklich eher einfache sachen und heute geht es hier zur sache ja ich möchte euch nämlich zeigen wie wir so einen victoria bergmeister motor revidieren kurz kurz zur marke also victoria stammt aus nürnberg ist dann irgendwann ich weiß gar nicht in der 50er 60er jahre sind die immer pleite gegangen wie so viele andere deutsche motorradhersteller in dieser zeit ja das modell heißt bergmeister die wurden von 53 bis 56 gebaut ca 5000 stück relativ selten würde ich sagen und das war tatsächlich damals der einzige deutsche v motor der mal in einem motorrad eingebaut wurde hat 350 kubik so ungefähr 21 ps ja das kurz zu dem modell ich werde jetzt noch mal eine kurze sequenz einblenden wie so ein motorrad aussieht dass ihr meine vorstellung habt wie das im eingebauten zustand aussieht ja warum will ich euch das zeigen es ist denke ich nicht dass jetzt jemand von diesem video irgendwie so ein motor überholen wird darum geht es mir auch gar nicht es geht mir einfach darum halt mal so eine restauration zu zeigen weil das doch deutlich aufwendiger und schwieriger ist wie jetzt zum beispiel von aktuellen cross motor weil das ist ich sage jetzt mal ganz vorsichtig eigentlich keine große sache weil da gibt es alles zu kaufen da greifst ins regal und dann geht es los ja da kannst du wenn du was kaputt ist schmeißt es weg und kaufst es neu das ist jetzt hier halt definitiv nicht der fall hier müssen wir wirklich gucken und ab halt was wir nehmen können was wir aufarbeiten müssen und wie wir da voranschreiten und so weiter und so fort weil hier ist halt eben nicht einfach ins regal greifen und halt alles mal eben gerade eben schnell alles neu machen ja ja das ist ein überhol der motor also so soll es nachher aussehen und den motor werden wir jetzt komplett zerlegen und uns alles angucken über und dann halt eben entsprechend halt revidieren ja hinten da ist noch ein getriebe angedockt ist ein kettengetriebe da gehe ich nicht weiter darauf ein also das werden wir gleich abdocken und dann halt eben nur diesen motor jetzt erlegen ja wie ich eben schon erwähnt habe werde ich jetzt erstmal das getriebe hier abmachen das sollte eigentlich keine große sache sein da sind hier oben zwei inbusschrauben und unten sind noch drei muttern habe ich aber schon gesehen eben dass diese muttern da nicht mehr drauf sind die hat anscheinend schon mal irgendwann jemand abgemacht so rand bemerkung nebenbei zu dem motor der hat nur einen vergaser der sitzt nachher hier dann gehen die ansaugkanäle hier wirklich hier durchs gehäuse oben in den zylinderkopf rein weil der gute mann der den motor hier entwickelt hat der richard küchen der hat ultra viel wert darauf gelegt dass dieser ganze motor eine extrem ich sag mal neuzeitlich würden wir sagen clean optik hat ja so jetzt müssen wir mal hier hier kommt schon wie gesagt aber sind hier unten noch drei muttern die sind aber schon weg hier ist auch die also sprich nicht einfach überall sinnlos drauf hauen jetzt ist hier noch die ausrückstange von der kupplung stecken geblieben die hängt dann so im vierkant drin ziehen wir raus und das ist auch schon da das ganze schauspiel gewesen das ist tatsächlich ein original nachbau von von dem original victoria montagestände den damals da die händler hatten das ist ganz praktisch wie auch ich meine ich habe ja schon mal ein video gemacht über montagestände das ist schon wirklich wichtig also ohne montagestände das ist einfach keine schafferei wird die einfach so reingesteckt so und dann kann man den nachher hier drinnen so kippen und dann wird einfach der vollständig so reingesteckt dann kann man ein bisschen besser dran arbeiten bevor es jetzt losgeht will ich euch eben noch was zeigen weil man braucht wirklich um diesen motor zu zerlegen sehr viele spezialwerkzeuge die wir aber gott sei dank alle haben jetzt muss ich euch hier mal so kurz ein bisschen abholen weil das ist ja nicht von mir beziehungsweise nicht für mich das ist eigentlich ich sage mal mein vater macht schon seit ich weiß gar nicht bestimmt 30 jahre mit alten motorrädern und daher ich denke mal viele wundern sich wahrscheinlich auch immer so ein bisschen woher dieses ganze equipment und werkstatt kommt das ist natürlich ein großer teil hat sich das über jahre halt von meinem vater angesammelt und eigentlich ist das hier auch ein projekt von meinem vater der heute hinter der kamera steht ja aber wir haben gedacht es wäre halt mal ganz cool halt eben mal darüber ein video zu machen und dadurch dass mir nicht wir sondern mein vater da schon so lange geschäft ist kennen wir uns damit auch trotzdem schon ganz gut aus ja gehen jetzt mal kurz hier raus und zwar hier an diese wand das sind halt alles irgendwelche spezialwerkzeuge die wir jetzt also wir werden nicht alle werkzeuge brauchen aber zumindest mal ein teil davon um diesen motor jetzt zu zerlegen ja das brauchen wir auf jeden fall 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 ja dann sehen wir mal weiter ich werde jetzt mal als allererstes hier vorne diesen gehäusedeckel abnehmen weil das ich würde jetzt mal sagen mich jetzt am meisten interessiert wie es dahinter aussieht weil ich habe im endeffekt keine ahnung wie lange der motor jetzt irgendwo rumgestanden hat was damit los ob der jetzt was defekt ist wie auch immer kein plan deswegen erstmal den deckel jetzt hier ab und dann bin ich schon mal gespannt was da so zum vorschein kommt weil dahinter ist die steuerkette auch für den mentiltrieb oben ja und dafür brauchen wir jetzt eben auch gleich dieses spezialwerk um den da runter zu ziehen so muttern sind alle ab jetzt kippen wir den mal um hier den kollegen auf der mutter rein drehen hier so zum schutz von den zapfen hier von der kurbelwelle dann kommt dieses teil hier ins spiel um eben diesen plage deckel hier runter zu ziehen der geht jetzt relativ leicht runde damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet weil manchmal sitzen die auch echt fest da drauf je nachdem wie das eingeklebt ist und so weiter und so fort kann auch sein dass es schon mal jemand ab hat das weiß ich alles nicht und jetzt sehen wir hier einmal halt ölpumpe steuerkette hier oben sitzt die nockenwelle dahinter also quasi wir werden das jetzt stück für stück hier raus bauen dann ist hier dieses lagerschild nehmen wir dann nach vorne raus dann kann man irgendwann nachher wenn wir die körper oben so runter haben auch die kurbelwelle raus ziehen das sieht alles gar nicht so schlecht aus ja sieht jetzt wirklich nicht schlecht aus da erlebt man halt teilweise halt echt die wildesten sachen ja wenn da halt vor allem früher wenn da mal was kaputt war da ist ja manchmal auf die wildeste art und weise irgendwelche dinge halt repariert worden ja wobei den steuerkettenspanner werden wir wahrscheinlich einen anderen einbauen da gibt es was aus kunststoff und halt nicht mit diesem blech ja also das werden wir nachher auf jeden fall umbauen aber so auf den ersten blick bin ich eigentlich relativ zufrieden und positiv überrascht das sieht nicht so wild aus würde ich sagen so jetzt werde ich erstmal hinten die kupplung demontieren dazu kippen wir den jetzt wieder nach vorne kupplungszehnten ist eine einscheibenkupplung das ist hier zum beispiel ein bisschen komplizierte oder in anfangsstrichen komplizierte wie wir das jetzt von den crossern zum beispiel kennen weil hier brauchen wir erstmal ein werkzeug um die kupplung quasi zurück zu spannen weil hier ist ein sicherungsring drin um das auseinander zu bauen dazu gibt es dieses teil hier das komplizierte drauf so unten zwei muttern drauf und dann können wir das über diesen knebel hier die kupplung halt vorspannen und den sicherungsring daraus machen also ihr seht schon hier ohne spezialwerkzeuge geht hier nichts weil allein schon diese kupplung halt eben zurück zu spannen das ist schon echt eine aufgabe sonst da kann man zwar vielleicht irgendwas auch bauen und so weiter und so fort aber ja schwierig zumal auch bei solchen sachen mit viel federspannung ist auch immer ein gewisses gefahrenpotenzial da das muss man auch mal ganz klar sagen wenn dann sowas in die ohren fliegt dann kann man sich dabei auch ruckzuck mal wehtun jetzt muss man gerade gucken wie ich das am besten mache so jetzt können wir das hier wieder zurückdrehen dann können wir die kupplung rausnehmen dann können wir die kupplung rausnehmen dann können wir die kupplung rausnehmen ich würde schon mal so vorsichtig behaupten dass es auch auf den ersten blick jetzt nicht so schlecht aussieht hier vom belag so dass hier hinten noch so eine druckscheibe ich nehme mal raus das klappt schlechter und ich den modell nochmal nach vorne kippe und dahinter sitzen dann die fäden die das ganze vorspannen hier jede menge federn diese schraube werden wir jetzt gleich lösen und dann können wir das ganze bzw. dieses schwungrad dann da abziehen bzw. lösen ich werde jetzt erstmal die schwungscheibe hier demontieren das hier aus dem sicherungsblech das werde ich jetzt mal eben schnell umkloppen da sieht man auch schon schön da war ein echte provis am werk wenn ich sehe wie diese schraube da vergewaltigt wurde da ist schon mal gut rumgemurkst worden so das blech da werden wir wahrscheinlich schon nachher eh ein neues rein machen jetzt gibt es hier so ein werkzeug das sieht folgendermaßen aus das setze ich jetzt hier innen rein so und passt hier so ins gehäuse rein und das hält einfach die schreibe da fest das sitzt natürlich gut fest hier drauf die schraube scheinbar also es fühlt sich zumindest mal so an als wäre damals schraubensicherungen dran gekommen weil die relativ schwer da raus läuft jetzt habe ich hier so ein abzieher um diese schwungscheibe runterzuziehen die schwungscheibe die ist wirklich bleischwer da haben wir auch schon welche abgedreht einfach um den moder bisschen spritziger zu machen weil ich weiß gar nicht wie schwer das ding ist also es ist wirklich sauschwer ja jetzt kommt der kollege hier nochmal zum einsatz jetzt ziehen wir das hier ab okay kam jetzt überraschend, ging relativ leicht weil da kann es immer mal sein das hier sitzt ja in so einem konus drin dass man da auch mal so einen lupfschlag drauf geben muss dass es relativ schwer geht aber das war es jetzt schon jetzt sieht man das ding hier mal wirklich komplett ja also das ist wirklich ein riesen trümmer ich weiß auch nicht warum das unbedingt sein musste dass das ding so schwer dimensioniert ist aber okay ja und jetzt sieht man hier hinten schon also da ist das ganze nochmal mit einem keil zusätzlich gesichert hier ist ein lagerschild eingeschraubt mit dem hinteren kurbelnlager sitzt ein simmerring innen drin das werden wir nachher auch alles da rausholen jetzt ist mir hier gerade noch eine sache aufgefallen und zwar normalerweise gehört hinter diese schwungscheibe hier so eine spezielle tellerfeder hin also eine tellerscheibe die ist im endeffekt dafür weil das ist der feste lagersitz sprich die welle wird quasi nach hier zentriert beziehungsweise die zieht sich hier gegen diesen lagersitz und vorne in dem lagerschild kann die welle halt wandern durch bei temperatur oder so ja aber die scheibe hat auf jeden fall gefehlt sprich das hat wahrscheinlich eh so nicht richtig funktioniert sprich hier war auch schon mal irgendwann jemand dran aber ich sag mal hat man ja eh an der schraube gesehen da wurde schon ein bisschen rumgemurkst jetzt machen wir auf jeden fall den Keil schon mal hier raus dass wir das erledigt haben dass wir die welle ja nachher nach vorne rausziehen können das geht ganz leicht hier gerade zum schrauben ziehen dann haben wir ja jetzt geht es hier oben weiter wir haben jetzt inzwischen so ein bisschen die Vermutung dass da schon mal jemand so ein bisschen rumrestauriert hat weil teilweise Sachen ganz gut aussehen beziehungsweise auch nicht original sind und hier sehe ich gerade dass diese Ventildeckel also original sind die hochglanz poliert da hat tatsächlich mir irgendjemand Klarlack drauf geschmiert dass wir nachher dann auch irgendwie wieder da runter holen müssen der Ventildeckel ist von unten hier mit so Muttern verschraubt ich habe ja eben mal erwähnt dass der Konstrukteur von dem Motor dem total wichtig war dass das halt eben alles so clean war deswegen es ist immer ein bisschen Fummelei dann unten mit den Muttern das habe ich jetzt schon mal gelöst und dann kann man den Deckel einfach nach oben so runter ziehen in der Theorie doch ja so geht es so also einen sieht es dass es schon mal auseinander war ist auf jeden Fall schon mal dass hier nicht mehr die originalen Modeln drauf sind das sind nämlich VA Modeln mit einer 13er Schlüsselweite und original sind das Schrauben mit einer 14er Schlüsselweite also da war auf jeden Fall schon mal jemand dran um euch das jetzt mit dem Ventiltrieb mal ein bisschen zu veranschaulichen drehe ich den Modeln mal durch jetzt sieht man das ganz schön wie diese Stangen hier hoch und runter fahren wie gesagt unten ist die Nockenwelle mit Schlepphebeln und die drücken dann diese Stoßstangen hier hoch und öffnen halt eben die Ventile über diese Kipphebel hier und hier oben über diese Mutter beziehungsweise mit dieser Stellschraube kann man auch hier noch das Ventilspieler einstellen der Mode hat aber für die damalige Zeit schon sehr hoch gedreht also ich glaube der hat eine Enddrehzahl von 6200 Umdrehungen gehabt das war schon echt echt viel also für 50er Jahre als erstes nehme ich jetzt hier den Kipphebelbock runter dazu können wir einfach die Schraube lösen habe ich jetzt eben schon mal vorgelöst dass es jetzt hier ein bisschen leichter geht die Schraube hier lösen dann kann man den nach oben runter nehmen das ganze ist hier nochmal über so einen Pin für Dreh gesichert den gucken wir jetzt später nochmal an ob da die Lagerung in Ordnung ist dann kann man den Stoßstangen einfach nach oben so raus nehmen und jetzt können wir hier Stück für Stück die Kopfschrauben lösen also der Mode hat Stehbolzen keine Schrauben und dann eben den Zylinderkopf runter zu nehmen da gehören auch nochmal Scheiben drunter die fehlen auch also da war wie gesagt auf jeden Fall schon mal jemand dran ja hier sieht man es ja nochmal weil der Kopf war auf jeden Fall mal unten weil damit ist der Mode nicht gelaufen so sauber wie der ist der Brennraum ganz klar also da war jemand schon mal dran aber auf den Zylinderkopf da gehen wir später nochmal drauf an jo hier sieht man jetzt schön den Kolben das sieht jetzt auch alles auf den meisten Blicken so schlecht aus jetzt ziehen wir den Zylinder mal runter das sieht jetzt ein bisschen die Stimme der Wahrheit ach aber der Kolben ja sieht nicht mehr so fresh aus würde ich mal vorsichtig behaupten machen wir gleich mal da runde und gucken uns das genauer an also wie gesagt das machen wir einen zweiten Schritt aber der ist ja hier neben hat auch so ein bisschen Fressspuren ja ich habe jetzt gerade den anderen der Thielecke abgemacht und jo hier waren auf jeden Fall echte Spezialisten am Werk weil die Dichtung die hing halt schon so hier drin also wenn der Motor auf jeden Fall gelaufen wäre dann hätten wir da schöne Ölkatastrophe erlebt also ich bin mal gespannt was wir da noch so für Überraschungen hier erleben werden ja hier sieht man das jetzt auch nochmal ganz gut mit dem Ansaugkanal mit dem einen Vergaser von hinten hier in der Mitte teilt sich das dann kommt hier der Ansaugkanal raus geht hier durch den Zylinder durch kommt dann hier oben Zylinderkopf an geht dann hier um die Ecke durch das Einlassventil rein wilde Konstruktion aber funktioniert jetzt wenn wir mal so einen Kolben hier runter nehmen und uns das genauer anschauen aber ich muss schon mal vorab sagen das sieht nicht so toll aus und das ist auch schon das zweite Übermaß also die Grundbohrung ist 64 dann gibt es 64,5 65 und hier ist schon 65 drin also müssen wir da mal gucken was wir da machen aber das schauen wir dann wenn es soweit ist jetzt machen wir erstmal die Klipse raus das ist hier ganz cool die haben hier so Nasen dran dass man die jetzt ganz leicht raus machen kann so und jetzt das ist nämlich sowas bei den heutigen neueren Motoren kann man die Bolzen immer relativ leicht rausschieben oh komischerweise hier auch weil normalerweise sitzen die echt feste da drin deswegen habe ich hier so einen Aludorn dann halte ich den Kolben von unten gegen und dann kann ich den Kolbenboden so rausschlagen das ist jetzt auch irgendwie neu ich denke auch dass das keine originalen Kolben sind das wird irgendwas nachgebautes sein das wird mein Vater wahrscheinlich dann besser beurteilen können als ich aber jetzt kommt eh erstmal der interessante Part weil wir jetzt die Kurbelwelle angucken ob die noch gut ist weil hier gibt es ja nicht wie bei einem neuen Motorrad einfach einen Kurbelwellenlager Reparatursatz beziehungsweise einen Pleule Reparatursatz oder so die kann man dann zwar aufwändig instand setzen lassen aber wenn die jetzt noch in Ordnung ist machen wir da nämlich gar nichts ich mache jetzt erstmal einen kleinen Check ob die Welle in Ordnung ist also mal einen Gefühls-Check ob da wirklich aufs Spiel drin ist aber mein Gefühl sagt mir das kann ich jetzt auf dem Video halt nicht so wirklich zeigen aber die Welle ist durch die hat schon wirklich spürbares Höhenspiel also werden wir die machen lassen müssen das ist hier bei sowas ich sag mal relativ aufwendig und teuer weil da wird dann eine neue Hubzapfen angefertigt da werden dann die die Welles werden unten ausgeschliffen mit den entsprechenden Übermaßlagerrollen und so weiter und so fort also das kann ich natürlich auch nicht selber machen aber es gibt Motorenbauer und Firmen die sowas anbieten beziehungsweise machen das ist ich sag mal relativ kostspielig aber ja das ist das was ich am Anfang gesagt habe das gibt es halt nicht neu also heute wird man ja einfach hingehen Blölsatz wegschmeißen neues Blölein pressen fertig geht halt hier nicht so nächster Schritt wird jetzt sein dass wir hier vorne den Ventiltrieb zerlegen also sprich hier Steuerkette und so weiter da geh ich jetzt drauf an so jetzt kommen wir hier zum Ventiltrieb was jetzt hier auf jeden Fall nochmal aufgefallen ist dass diese Feder die hat hier eigentlich nichts zu suchen und der Steuerkettenspanner er ist irgendwie selber gebaut weil die Kette hat auch viel zu viel Vorspannung also das ist in dem Fall nicht gut weil die dadurch ja ich sag auch mal übermäßig verschleißt und das Problem ist hier wirklich diese Steuerkette das ist ein Sondermaß wenn die kaputt ist ist sie kaputt da gibt es auch keine mehr dann hätten wir halt ein echtes Problem dann müsste man hier eine andere Zahnräder herstellen lassen oder fertigen wie auch immer halt mit einer anderen Kette und so weiter also es geht alles kann man machen aber sehr 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 aufwendig sehr 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 teuer deswegen hoffen wir dass es soweit in Ordnung ist es sieht jetzt mal optisch okay aus aber das werden wir gleich sehen ich werde jetzt erstmal hier oben die Mutter lösen das mache ich jetzt mit dem Schlagschrauber die Steuerkette öffnen runternehmen und dann hier Stück für Stück demontieren und dann hier Stück für Stück demontieren weil wir jetzt auf der Treppe jetzt rausnehmen die 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 Was hier ist, was mir jetzt auffällt, die Nockenwelle, die war auf jeden Fall schon mal draußen, weil normal sind hier so Sicherungsbleche drunter, die hoch gebogen sind, da sind zwar Scheiben drunter, aber sind halt nicht hochgekloppt, beziehungsweise hoch gebogen, also das ist auf jeden Fall auch nicht richtig und so sind auch irgendwie, also die habe ich nicht vorgelöst, nicht wirklich fest angezogen. Jetzt werden wir hier, das ist zwar an sich eigentlich nicht so schön, aber hier vorsichtig mit dem Schraubenzieher mal drunter gehen und da so ein bisschen anlupfen. Und dabei muss man aufpassen, dass wir hier oben die Schlepphebelwelle nicht mit rausziehen. Deswegen habe ich das da oben jetzt mit dem Schraubenzieher mal ein bisschen vorsichtig zurückgedrückt. Hier oben drin, dass das nicht auseinanderfällt. Und jetzt können wir einfach hier die Nockenwelle mit diesem Lagerschild hier rausheben. Da liegt das gute Stück. Also das Lager ist auch auf jeden Fall kaputt hier, es läuft extrem rau, das werden wir auch auf jeden Fall tauschen. Ja und jetzt nochmal kurz zu der Funktion von diesem Steuertrieb, was ich am Anfang schon mal angeschnitten habe. Hier oben hängen jetzt noch die Schlepphebel drin, das sind hier so Röllchen, die über die Nockenwelle laufen. Und da sind in diesen Tassen da, werden von oben die Stoßstangen reingesteckt und wenn durch das Drehen der Nockenwelle wandert, die Teile dann hoch und runter und tun eben oben im Ventiltrieb die Ventile öffnen oder schließen. Ja, jetzt werden wir diese Schlepphebelwelle mit den Schlepphebeln erstmal rausziehen, vorsichtig. Jetzt ist einer rausgefallen, das ist nicht so schlimm. Hier ist oft das Problem, dass diese Rollen hier sehr viel Spiel haben. So, ach du Scheiße. Also das ist komplett im Arsch, auf gut Deutsch gesagt, das kann man nicht anders sagen. Man merkt das auch hier, die haben extrem viel Spiel, damit ist es halt unmöglich, A ein Ventilspiel einzustellen. Und man hört das auch bei den Motorrädern, wenn die laufen, das sofort raus, weil das Ding rappelt wirklich wie ein Sack Nüsse, als hätte man da ein paar Schrauben in den Motor geworfen. Und ja, muss man auf jeden Fall alles auseinander machen. Das müssen wir dann irgendwie, also neu ausbüxen, da gibt es Mittel und Wege, das zu revidieren. Muss man auf jeden Fall alles machen. Ja, und jetzt geht es auf jeden Fall dann gleich hier vorne weiter, dass wir das Lagerschild hier runterziehen und die Kohlwelle rausholen. Ich habe jetzt die ganzen einzelnen Muttern von diesem Lagerschild hier schon demontiert. Hier ist noch eine Sache wichtig zu erwähnen. Dieses Aluzahnrad hier, was die Ölpumpe antreibt, das lasse ich ganz bewusst da drauf, weil das sitzt auch auf einem Konus. Es ist aber so, wenn man den Abzieher ansetzt, geht das Ding ruckzuck verbogen. Sieht man wirklich ganz oft bei den Kisten hier, dass die Dinger krumm sind, gibt es nicht mehr. Also ist ein Riesenproblem und richten ist auch scheiße. Also deswegen nach Möglichkeit einfach drauf lassen, dass das halt nicht kaputt geht. Ja, weil das ist wirklich ein hohes Risiko, dass man das verbiegt oder sonst was. Jetzt kommt wieder das Werkzeug vom Anfang in den Einsatz, womit wir die Kupplung zusammengedrückt haben. Das habe ich jetzt wieder hier drauf montiert und noch so ein Distanzstück dazwischen gemacht. Und damit werde ich jetzt die Kurbelwelle mitsamt dem Lagerschild komplett aus dem Motor rausdrücken. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich habe hier... Oh, das geht aber. Da muss man jetzt immer ein bisschen aufpassen oben mit den Pleuel, dass die da nicht im Gehäuse hängen bleiben. Was jetzt schon der Fall ist. Eine Sache habe ich noch vergessen. Da haben wir hier so ein geiles Werkzeug, weil man muss sehr aufpassen, dass man beim Rauspressen von der Welle mit den Pleuel nicht hier hängen bleibt und die Pleuel verbiegt. Deswegen haben wir hier so ein Teil mit so zwei alten Kolbenbolzen, womit man die Pleuel einfach so ein bisschen fixieren kann, dass die jetzt hier eben in der Mitte stehen und beim Rauspressen nirgendwo hängen bleiben. Das ist nämlich nicht so gut. Jetzt halte ich das hier vorne mal fest und fange mal von hinten an zu drücken. Ja, das kommt aber schon. Man sieht jetzt schon, wie das hier langsam rauswandert. Das kann manchmal sehr schwer gehen, dann muss man hier hinten ein bisschen einen Hebel schaffen, aber ich habe gerade Glück. Das funktioniert auch so in dem Fall. Mal gucken, dass das hier noch leichtgängig ist. Jetzt können wir das hier im Gesamten rausheben. So, da ist die Kurbelwelle mit Lagerschild, quasi das Herzstück von diesem Motor. So, jetzt muss ich erst mal dieses Lagerschild hier runter machen. Das sollte eigentlich leichter gehen. Deswegen müssen wir jetzt mal, das Lager machen wir sowieso neu. Mal vorsichtig eben, kurzschau fangen mal. Genau. Das ist auch hier der Lagerkäfisch, das ist total verrostet. Da sieht man auch, dass da überall so ein bisschen Korrosion ist. Und jetzt hier nochmal zur Kurbelwelle selbst. Also ich meine, klar, ihr kennt das. Normal haben Pleuels immer seitlich ein bisschen Spiel, aber hier ist das auf jeden Fall deutlich zu viel, was einfach ein Indiz dafür ist, dass diese Anlaufscheiben hier neben halt auch verschlissen sind. Und wir haben auch hier, also ich denke, man wird es jetzt auf dem Video nicht erkennen, aber ich fühle das hier. Ja, wir haben deutliches Höhenspiel. Ich schätze mal, das sind mindestens, ja, zwei Zehntel. Also, Welle muss auf jeden Fall gemacht werden. Jetzt will ich euch noch ein paar Sachen hier zu dem Ölkreislauf von dem Motorrad erklären. Ölbahne habe ich gerade abgenommen. Hier unten sitzt der Ölfilter, der für die damalige Zeit schon, ich sage jetzt mal, ziemlich high-end war, weil der sehr, sehr feinporig ist. Da gab es Motorräder aus der Zeit, die haben da mehr oder weniger ein Maschendraht gehabt, dass dann die ganz großen Brocken mit angesaugt werden. Was man noch dazu sagen kann, der Motor hat nur anderthalb Liter Motorenöl, was relativ wenig ist und auch dafür sorgt, dass der halt eine relativ hohe Öltemperatur hat. Da haben wir mal irgendwann hier so einen Zwischenring konstruiert, den wir jetzt wahrscheinlich auch hier reinbauen werden, womit das Ölvolumen ungefähr um einen Liter angehoben wird. Dann kriegt das Öl ein bisschen weniger Temperatur. Und ja, tu dem Motor einfach gut. Dann wird hier dieser Ölfilter da so ein Zwischenstück noch verlängert, dass er ein bisschen weiter runterkommt und das von weiter unten ansaugt. Dieses Stahlrohr hier drin hat bei dem Motor auch eine extrem wichtige Funktion. Da sitzt ja hier außen so eine Gummilagerung drin, wo der Motor nachher mit dem Bolzen im Rahmen verschraubt ist. Und es kann passieren, dass wenn hier Feuchtigkeit eintritt, dass dieses Rohr auch mal von innen gern durchrostet. Und dann hat man ja irgendwann, dass hier außen das Öl rausgelaufen kommt. Also das sollte man sich auf jeden Fall immer angucken, dass das in Ordnung ist. Das sieht jetzt hier in dem Fall echt noch ganz gut aus. Ölkreislauf funktioniert folgendermaßen. Also das Öl wird, wie ich eben gezeigt habe, hier unten im Ölfilter angesaugt. Hier vorne sitzt ja die Ölpumpe. Und dann geht hier hinten in Mode hier rüber, hier hinten hoch ein Ölkanal. Hier oben rein, da läuft die Nockenwelle drin. Und das Öl wird dann hier oben durch die Nockenwelle gepumpt und kommt eben aus diesen kleinen Bohrungen raus und tropft dann quasi von oben auf die Nockenwelle, Kurbelwelle. Und das ist im Endeffekt die ganze Schmierung. Also die Kurbelwelle selbst wird nicht durch einen Ölkanal oder durch eine Bohrung irgendwie durch einen Zapfen geschmiert. Was auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, ein Problem bei dem Motor ist, weil die Kurbelwelle deswegen halt keine allzu hohe Standzeit hat. So nach 20.000 Kilometern sind die in der Regel platt, weil die halt nicht direkt geschmiert werden. Ja, das ist auch immer so eine Problemstelle hier oben, die Lagerung von der Nockenwelle im Gehäuse. Ist gerne ausgeschlagen. Jetzt mal rein vom Gefühl her ist es hier in dem Fall nicht so schlecht. Aber das Problem ist, ich blende das mal kurz ein, ja, da haben wir hier halt so Einlaufspuren. Das kommt halt einfach von schmutzigem Öl mit feinen Metallpartikeln, da läuft das hier so ein bisschen ein. Die Reparatur sieht da folgendermaßen aus. Das wird hier runtergeschliffen, dann wird hier eine Buchse aufgepresst und dann eben hier oben diese Büchsegröße aufgehohnt beziehungsweise aufgespündelt, wie auch immer. Weil diese Büchse zu tauschen, das ist relativ aufwendig. Die ist damals bei dem Guss von dem Motorgehäuse von vornherein mit eingegossen worden. Also, ja, ist nicht so einfach zu tauschen, aber man kann es auf jeden Fall auf diese Art und Weise halt eben reparieren. Zu guter Letzt, das werde ich jetzt aber nicht mehr zeigen, weil es eigentlich relativ einfach ist, werde ich dieses Lagerschild hier rausnehmen, weil es ist einfach einfacher, das Lager und den Silberring zu tauschen, wenn das aus dem Gehäuse raus ist. Da muss man nur die Schrauben lösen, dann kann man das von der anderen Seite hier rausschlagen. Also, kein Problem. Das war es jetzt auch schon für heute. Also, der Motor ist komplett zerlegt. Das Ganze wird jetzt folgendermaßen weitergehen. Ich werde jetzt ein Video machen, wo wir so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme machen, beziehungsweise an den einzelnen Teilen arbeiten, uns alles nochmal angucken, was jetzt genau gemacht werden muss, wie und so weiter und so fort. Auch, wie ich dieses Gehäuse jetzt hier aufarbeite, da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, was wir da machen, ob ich das irgendwie so versuche oder ob ich das Glasperl strahle. Glasperl strahlen ist halt immer so eine Sache, da muss man das vernünftig abdecken, weil da sind so viele Ecken, du kriegst den Sand einfach da nie wieder richtig raus. Also, das geht, aber das ist eher so die zweite Möglichkeit. Zeige ich dann aber. Und dann wird es später irgendwann noch ein Video geben, wie ich das Ganze wieder zusammen montiere. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat, dass euch das auch interessiert, weil das jetzt mal ein bisschen was anderes ist, weil es halt eben so alt ist. Ja, aber ich habe mir halt gedacht, das ist trotzdem ganz cool, halt hier auf dem Kanal. Passt hier her, ist sehr technisch, kann man aber trotzdem auch was lernen oder ich sage mal, man kann vielleicht ein bisschen was ableiten auch auf einen neuen Motor. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video.